Die Xbox bekommt ein neues Design. Eine ergonomischere Oberfläche und mehr Funktionen sind die Vorteile. Darum zögern sie nach dem Einschalten nicht und stimmen sie dem Update zu. Die Installation verläuft vollautomatisch und benötigt nur wenige Minuten. Danach begrüßt sie die Xbox 360 mit einer neuen Kacheloberfläche. Microsoft nennt das Design schlicht Metro. Das Metro-Design wird auch beim bevorstehenden neuen Windows 8 zum Einsatz kommen. Besitzer eines Windows-Phones kennen es bereits heute. Das Beste zuerst. Direkt nach dem Einschalten können sie ein Spiel starten, müssen nicht erst im Menü danach suchen. Die Xbox-Oberfläche fühlt sich reaktionsschneller an und erscheint insgesamt übersichtlicher. Das Menü bietet eine Hauptnavigation am oberen Rand und für jeden Bereich verschiedene Kacheln. Mit dem linken Steuerstick auf dem Controller und den Farbtasten navigieren sie wie gewohnt durch die Angebote. Das alte Menü-Design scheint nur noch ab und zu durch, etwa bei den Systemeinstellungen. Unter den Speichergeräten verbirgt sich eine lang erwartete Neuerung. Spielstände können sie ab sofort in die Cloud auslagern und von jeder Xbox 360 aus erreichen. Der Umweg über USB-Sticks gehört der Vergangenheit an. Vertieft hat Microsoft die Zusammenarbeit mit Facebook. Neue Achievements können sie automatisch bei Facebook posten lassen. Auch Mitspieler finden sie auf diesem Weg. Dazu können sie ein Signal aussenden, das ihre Freunde bei Facebook und Xbox Live über den Spielwunsch informiert. So können sie hoffentlich nach kurzer Zeit mit einer großen Party ins Spiel starten. Auch Apps, also kleine nützliche Programme, halten auf der Xbox 360 Einzug. Im Augenblick ist das Angebot aber noch sehr übersichtlich. Facebook, Twitter, der Film- und Musik-Service Soon und PayTV über Abo-Angebot Sky2Go. Das war es schon. Hinzu kommen soll noch die ZDF Mediathek, YouTube und weitere Videoportale. Filme und Musik können sie aber auch wie gewohnt mieten und kaufen. Verschiedene Themenkategorien und Suchmöglichkeiten helfen, den Überblick zu behalten. Keine Änderungen gibt es beim Preis. Ein aktueller Film kostet in HD-Auflösung rund 5 Euro, in Standardauflösung etwas weniger. Auch Spiele können sie über den Online-Marktplatz erwerben. Unser Fazit. Das Update für die Xbox 360 bringt spürbare Vorteile bei der Steuerung und der Verknüpfung mit Social Media Angeboten. Das Update geht schnell und ist kostenlos. Warum also warten?